Auch das ist Latex. Hallo liebe Freunde, das neueste Modell aus der Rosengarn-Manufaktur. Leopardenfell, Klausi-Fell mit ganz leichter Struktur, fühlt sich an wie Felle, ganz weich und kuschelig. Ich habe jetzt eine Regenjacke draus gemacht, perfekt für die Mühle-Ferbslecker. Geht aber auch in vielen anderen Varianten, zum Beispiel als kurzen Rock, Etui-Kleid. Wenn ihr Spaß daran habt, meldet euch bei mir. Ich freue mich auf euch. Liebe Grüße, Cari.